Ach Mensch. Ich werde die Raufereien entdeckt. Ich muss ihn ja jetzt lesen. Sieht aus wie so ein Baumkopf. Baumkopf. Oh Gott, wir müssen zwei Hebel betätigen und dann durch den Durchgang gehen. Kaiser Hakan? Ist doch jemand. Ich glaube, ich habe den Willen als Identität aufgedeckt. Nicht eines müsst ihr hier doch wissen. Um den größten Weg zu finden, müsst ihr durch die Akkidukte gehen. Es gibt zwei Hebel, die den Eingang unter dem Wasserfall kontrollieren. Okay, wir müssen quasi hier runter, müssen dafür aber Hebel finden. Das... Jo, gibt nur einen Weg erstmal. Dann können wir bloß da rein. Ich bin wieder raus. Äh, warum gehst du raus? Jemand war für uns. Ich sag, oder wieder raus. Nicht die Knochen raus. Ach so. Hab's gesagt, oder wieder raus. Knochen. Oh cool, gleich was legendäres vom ersten Knochen-Skillet gefunden. Ach so, ich hab gar nicht. Ganz so wie wir Fußabdrücke. Glaubst ihr das? Ja. Je mehr ich die Bücher meines Onkels schreibe, desto mehr erkenne ich, dass ich seine Weisheit als selbstverständlich betrachtet habe. Ja. Leere Sockel. Geschick. Aber ansonsten... Weil... Ne. Schade. Ich bräuchte mal neue Unterwäsche... Äh... Unterwäsche. Mach mal. Ich meinte Hosen. Ja, 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 ja. Du hast gerade gesagt Unterwäsche. Du willst für deinen Mann Unterwä... Für deine Frau Unterwäsche. Ja, wer will das nicht? Ähm... Keine Ahnung. Siehst du? Also wollen das alle. Spürt meinen Zorn! Ich merke aber deutlich, dass hier in diesem Kapitel meine Waffe schwächer wird. Ich mach nicht mehr so viel Schaden. Ich jetzt habe es gut. Meine Macht... äh... 44. 139. Ja, gut. Es ist kein Wunder, dass du mehr Schaden machst. Ich hab sie jetzt von dem... äh... wo wir vorhin drinnen waren, hab ich sie bekommen. Ja. Oh, hier sind ganz viele blauen. Aua! Hoi! Hoi, Rippa! Die Welt ist da! Ich bin Topal. Oh, bitte. Es sind Schuhe. Ich hab nur ein bisschen Gold. Und nur Regen. Ich hab Bikini verstanden, okay. Ja! Ich hab komische Ohren gerade. Ich hab komische Ohren gerade. Okay, wir wissen es. Hurra! Das sind die Frauen gewesen, die da. Ne, die haben immer Schuld. Das muss doch so sein. Oh, hier gibt er nicht. Das ist Gold. Das ist wieder eine neue Fertigkeit. Was hab ich denn hier? Oh. Ich hab mit Ruhe. Ne, das Schnellfeuer-Ding hat nur Müll. Mit dem. Hä? Mit Ruhe. Ah, das wollte ich ausprobieren. Deswegen hatte ich dieses Ding. Achso. Ne, das ist Müll. Tier. So, ne, das wollte er nicht. Okay. Wenn der's doch mal ein bisschen mehr primär und dickens her hätte. Mein Freund. Wo bist du denn? Ne, da wo ich geh. Ich weiß gar nicht wo das ist. Ist irgendwo weiter? Oder weg? Ich bring dir Hundis mit. Ich hab ne Truhe gefunden. Ich auch. Bei mir war bloß Gold drin und so ein. Jeder braucht ein... Scheuderpistole. Oh, neue Waffe. So, die mir die Türchen mitnehmen mussten. Mehr Erfahrung, mehr Gift, aber die Abklingzeiten. Ne, die brauch ich. Wo bist du? Immer noch da. Und ich renne zu dir. Oh, du bist so weit weg. Aber dafür habe ich das Ziel gefunden. Da. Oh cool. Gold. Und ne hässliche Rüstung. Yay. Das war neu. Guck mal. Ich hab ne Blase. Einen Moment. Einen Moment. Einen Moment. Ich bin gerade in den Fähigkeiten daran weggegeben. Ach so. Dann sag das doch. Hab ich gerade. Ja, da war es aber schon wieder weg. Weil meine Fähigkeit hält bloß 10 Sekunden. Da 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 da. Nein. Das will ich gar nicht. So, das habe ich jetzt. Die Weihe mit Nagelbrett. Gebot der Gerechtigkeit. Und der Hoffnung. Weiß. Okay, ich hab ne neue Fähigkeit. Okay, ich hab ne neue Fähigkeit. Oh, jetzt. Oh, du bist schon in der Blase. Ja, es ist ne Rüstung. Die ich habe für 10 Sekunden. Okay. Macht irgendwas. Wie viel? Nagel. Nagel. Dann habe ich noch das. Das ist lustig. Ja, verbraucht aber ganz schön viel. Hass. Meine Chakrams verbrauchen nur die Hälfte. Ups. Und wenn ich das mit dem kombiniere, dann macht das. Okay. Ruhe. Ich bin auf dem Weg. Och, Mann. Ich muss doch nicht WASD drücken zum Gehen. Nein. Hab ich aber gerade. Was meint ihr, weshalb der dunkle Zirkel so handelt? Was verleitet Menschen zum Bösen? Oh, Gold. Und einen schlatten Hansch, den ich nicht brauche. Ich verstehe nicht warum. Macht kann eine schreckliche Bürde sein. Ich weiß aber jetzt... Die Würmer. Gibt keine. Ne, wenn wir jetzt hier vorgehen gehen wir wieder zurück. Ja, da ist es auf der Eingang. Hier ist ein Würmer für dich. Hallo. Ich muss mal gucken, wo du die Truhe hattest. Dann musst du hier oben lang laufen, klar. Ah, du kommst von hier. Ja. Da war ich. Und hier unten gehts nachher weiter zum Ziel. Na ne. Ne. Auch nicht. Muss also doch oben einen Weg geben. Oder? Ja, da oben gehts noch lang. Kannst da oben bleiben. Genau da gehts weiter, wo du grad lang gehst. Na, das Ding ist, ich irgendwo hin unter die Tue sein. Ja, die Truhe war aber ein Stück zurück. Da hinten war ich nämlich noch nicht. Die Truhe war hier, wo ich jetzt stehe. Kannst du was? Du bist zu weit gelaufen. Ja, ja. Jetzt greifen sie mich an, Rett. Ich glaube ich nicht zurück. Loll. Ah ne, das hab ich alles eingekommen. Okay. Da waren nur zwei Sachen. Das ist wie so ein Schießgewehr hier. Das ist los, ich glaube. Ja. Irgendwie komisch. Ah, du hast Gold für mich da gelassen. Ein Fass, noch ein Fass. Ah, okay. Hier müssen wir rein. Gut. Dann komm ich da mal rüber. Ich geh hier rein, weil sie... Feuer, 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 Feuer. Okay, das hab ich noch nie gesehen. Ein Belohnung-Banner-Siegel. Alter, nicht auf deiner. Es gibt ganz viele... Äh, Belohnungen. Und dein Banner-Siegel ist das an... Ist dieses... Na, das Banner, was man sich am... Äh, ich sag mal Spawn dahin stellen kann. Und damit du dich dann teleportieren kannst zu dem anderen Banner. Ja. Stimmt, kann man sich den Banner nicht eigentlich auch hier irgendwo hinstellen? Dann könntest du dich zu mir teleportieren. Warte mal, ich guck mal, ob du oben weit, weit rein bist. Drache ist süß! Ach, ich wollte schon wieder mit WASD gehen. Äh, da hinten gibt's auch nichts weiter. Ich weiß, wo es weiter geht. Ja, da wo du bist jetzt. Nein, da wo ich hinrenne. Darunter, genau. Ja, da ist auch ein Eingang. Ja, da müssen wir auch rein. Ich habe jetzt nicht weitergeguckt. Hast du noch welche umge... Ein paar hab ich noch umgehauen. Da muss ich noch einsammeln. Lass mich am Leben! Ich will alles mitgeben! Wo einen seltenen Bogen hab ich. Soll. Der macht das mir und das will. Da ist noch ein Bogen. Oh, da ist noch ein Bogen. Da ist noch ein Bogen. Ne, nicht Ruhe. Aber auf Kosten der Abklingzeit. Und das ist doof. Das ist mir nicht Ruhe. Du hast noch eine Bogen. Oh, da ist noch eine Bogen. Ich bin auf den Weg. Du, 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 du. Oh, und du hast einen Brunnen geplündert und Gegner besiegt. Ja, da war ein Edelsteiner. Ja, Gold. Da hinten war noch ein Toter. Auf der anderen Seite. Hier ist ein Tornister mit einem Buch. Und ein Toter. Da ist nichts drin. Das ist nicht heiß, aber trotzdem keine Rückmeldung. Luxuriöse öffentliche Brunnen wurden errichtet, um allen sauberes Tränenwasser zu bieten. Und jetzt, achso. Was auch immer jetzt war. Hat die Karte aufgemacht? Ich habe keine Rückmeldung wieder. Jeden Stück dann wieder keine Rückmeldung. Hä? Ich mach mal kurz runter. Was runter? Ähm, klein machen. Achso, ja. Manchmal hilft ja. Nö. Jetzt habe ich komplett Traum, bitte. Na toll. Jetzt geht es wieder ein... Drei Schritte konflagen. Keine Rückmeldung. Ich kann mich dann zwei Schritte bewegen. Damals hat es mich aufgeregt, wenn Onkel Deckard ununterbrochen von Engeln und Dämonen erzählte. Jetzt würde ich... Vielleicht nochmal ausmachen und anmachen? Geschichten zu hören. Ich warte jetzt kurz. Was ist auch nicht heiß? Der Laptop ist nicht warm. Weiß nicht, woran das liegt. Irgendwas im Hintergrund noch offen? Was? Außer die Blizzard-App. Na, die muss ja an sein, sonst... Es ist das Spiel, Blizzard-App und TS. Ja, mehr habe ich auch nicht an. So, aber jetzt geht es wieder. Oh, Ruckleger. Ich kann keiner. Ich habe keinen Plan, woran es mal wieder lief. Daten nachladen aus dem Internet. Das Spiel zieht aber gar nicht. Ich habe letztens schon geguckt. Ich habe gewartet. Danke. Du darfst auch den Hebel dafür drücken. Den Hebel? Oh, das ist ein Hebel. Yay. Das ist der erste, der Hauptraum wieder. Ein Hebel wäre betätigt.